ja moin ihr lieben und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge von in to say es ich musste gerade überlegen ihr lieben in der letzten folge haben wir bisschen nun ja desaster gebaut in den letzten beiden folgen denn wir konnten nichts mehr machen wir hatten keine nahrung wir hatten nichts mehr und das bedeutet für uns wir werden das hier schnell machen damit wir nicht so viel zeit verschwenden und noch mit voller energie in das gebäude hinein gehen können anders hätte ich glaube ich das nicht mehr hinbekommen weil die abstände waren einfach viel zu kurz dazwischen wir hätten glaube ich überhaupt nichts weitermachen können deswegen fangen wir noch mal schnell von vorne an viel werden wir jetzt nicht verpassen wissen ja jetzt halbwegs worauf es ankommt bei aller liebe essen und trinken geht viel zu schnell runter finde ich wir werden das schon hinbekommen keine sorge jedes spiel ist am anfang schwerer und man bekommt es nicht hin wir werden das jetzt durchziehen vielleicht darf ich auch nicht die ganze zeit rennen ich glaube das bringt aber nichts wenn sie sein dass wir nicht rennen dürfen rein da 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 das packen wir auch erst mal rein holz ich brauche holz holz ich brauche holz holz so kommt schon okay das dauert bisschen länger na doch 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 das bekommen wir hin das dürften wir hinbekommen ich habe gerade überlegt wegen der gasmaske aber wir haben ja da noch gott sei dank eines zu liegen das heißt wir müssten sie eigentlich hinbekommen neben neben speichern ich werde jetzt einfach knallhart drüber speichern das tut mir aber jetzt sehr leid so das wissen wir auch was wieder brauchen da ist noch was das brauchen wir das nehmen wir einfach auch mal mit masken nehmen wir mit hängen geblieben nägel so jetzt dürften wir das endlich können sie gemachten können immer noch nicht und wie gesagt die nahrung wird wirklich sauschnell runter auch ich erstmal nicht hier könnten wir noch mal schauen ja perfekt ein bisschen nahrung gerade noch dazu bekommen schmutziges wasser zwei stück haben wir gut 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 dann werden wir hier erstmal was feuer mäßiges reinmachen wasser reinschmeißen noch mal ein bisschen fördert zu was ich gerade nicht gemacht habe so und dann werden wir uns das machen und das interessieren packen reinlaufen du bleibst hier erste hilfe brauchen wir erstmal nicht packen wir rein chips packen wir rein habe ich den väter gerade weggepackt ich lasse ihn erstmal hier drin in der hoffnung dass das jetzt kein fehler ist so und jetzt werden wir sofort raus rennen also rein rennen hier uns die maske schnappen ich gehe erst mal speichern speichern und sachen weglegen neger sollte ich eigentlich bei mir behalten ich gehe speichern save wir werden zweite datei speichern maske holen und trinken und essen sofort holen ich wollte schon sagen hä okay wir werden gleich mal da hinten hingehen und uns die pistole holen pistole ist hier drin genau hier ist sie können wir momentan nicht öffnen sorry ich musste mich gerade wieder leicht häuspern jetzt können wir immer gebrauchen berogebäude und toiletten das sind die wichtigsten erstmal letten suchen wir dann später heim heim suchen der toiletten so ich weiß leider gar nicht mehr wo ich natürlich mit haben wo ich schlüsse gefunden habe müsste ja irgendwo hier gewesen sein super potatoes haben wir noch eine schraube hier gut das sieht doch gleich wesentlich besser aus finde ich momentan leere wasserflasche super wenn wir uns mal entladen gehen dann haben wir von schon mal drei von vier schrauben wo wir den wasserboiler brauchen so nehm mal nehm mal wo ich hab die schlüsse schon gefunden die kommen auch hier hin schlüsse nehme ich mit und speichern immer schön speichern machen wir mal auf platz 3 ich glaube das war unser fehler von anfang an nehmen dass wir wirklich uns viel zu viel zeit gelassen haben wir hätten eigentlich sofort ins gebäude rennen müssen ich glaube ich mach das gerade unsinnig voll ich würde gerne den wasserbehälter bekommen danke ja 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 die brauche ich zum diene sieht uns nicht hier werde ich auch noch mal reingehen hier ist soweit nichts hier sehe ich momentan auch nichts hier gehen wir mal rein schauen uns hier noch mal um sehr schön ungünstig gut wir gehen nochmal zurück entladen uns und gucken ob wir vielleicht schon irgendwas mit den boiler machen können unser sauerstoff wird langsam knapp glaube ich wir haben es dürften es vielleicht weit haben so nehm mal nehm mal das nehm mal das nehm mal das das und die teile dann werden wir meine flasche voll rum und die hier reinpacken und die hier reinpacken oh knapp ich muss es machen ich brauch das hier ich muss das machen und ich würde noch mal speichern und zwar auf die hier und holzsamen gehen ich weiß jetzt nicht ob mir jetzt wenn ich jetzt weitergehe ob da ob ich erfriere ja ich muss bei feuer bleiben alles klar ich will jetzt aber nicht schlafen gehen ich will nicht schlafen gehen mit einer maske gern verschlafen mit einer maske kann das sein dass die maske sich bisschen geheilt hat holz 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 hätten wir eigentlich oben wir gucken uns aber hier erstmal nochmal um mit einer puddel voll wasser gehen wir hier hin sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön Er hat gezuckt. Umpel, du nimmst mir sehr viel Zeit. Umpel, du nimmst mir sehr viel Zeit. Guck mal, er macht Yoga. Was ist hier rein? Noch ein Schlüssel. Nein, du würdest mich jetzt verkackeiern, oder? Ich brauche einen größeren Rucksack. Der liegt so geil da. Aber wir sehen jetzt wesentlich besser aus, und wir durchsuchen schon hier die Hütte. Jetzt machen wir eigentlich, glaube ich, das ein oder andere richtig. Nehmen wir mal das. Das Schlüssel nehme ich mit. Potatoes lasse ich hier. Nice, wir haben Waffe. Ja, hätte Waffe. Lass mich mal kurz gucken. Wir nehmen den Slot. Ich glaube, den Slot. Was brauchst du, Kumpel? Ganz viel anderes Zeug. Ganz viel anderes Zeug. So. Ihr sagt, wir stehen doch jetzt momentan im Scooter. Wir haben Nahrung. Ja! Gut, 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 wir schaffen es dann schon. Ja. Ja, super. Wir nehmen hier alles mit, was wir mitschleppen können. Ich bin momentan doch ziemlich gut da, das freut mich. Enten ist ein E, warum blinkt das auf? So, memo an mich. Hier sind wir noch nicht komplett durch. Wir versuchen aber jetzt Wasser herzustellen. Ich hoffe, ich habe alles, was mit Wasser zu tun hat. Wenn, ja, müsste Wassertank sein. Oui. Nein, Eisen fehlt. Nimm mal, nimm mal, nimm mal, nimm mal, nimm mal, nimm mal. Das nimmst du auch mal. Gut, Eisen fehlt uns. Ah. Da geht's hier oben nicht rumgucken. Viel mehr Eisen. Yes. Und ich brauche einmal so ein... Oh, bitte, dass mich genug Stoff gesammelt haben. Yes. Yes, 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 yes. Nein, ey. Nice. Wir haben eine Wasserversorgung. Yes. Wir haben eine halbwegs gute Wasserversorgung. Wir haben irgendwas auf jeden Fall. Bei der 4 haben wir gespeichert, ne? So. Kumpelblase, was brauchst du? Anderes Zeug. Das dürfte halbwegs funktionieren. Wir gehen auf jeden Fall hier nochmal rein. Denn wir haben jetzt noch einen Schlüssel gefunden. Wasser haben wir auch noch. Hier. Hä? Ich hatte doch noch... Ich hab die rausgepackt, ne? Ich bin eine Trotte. Zeit ersparen ist gleich null. Ich hab sie... Ich hab sie ausgepackt, die Strotte. Glaub ich. Oder ich hab sie gerade verloren. Weggeworfen. Hm. Hier ist sie. Nehmen wir mit. Den Trinken werden wir gleich brauchen. Schlafen müssten wir auch demnächst mal wieder. So. So. Oh. So voll die Panik macht. Schmutziges Wasser haben wir auch noch. Nein. Oh. Oh. Meine Gasmaske ist gleich hinüber. Scheiße. Ah. Ich hätte hier nicht reingehen sollen. Äh. Äh. Ärgerlich. Darauf hab ich jetzt gerade gar nicht geachtet. wo hat es uns viel abgezogen hat es uns viel abgezogen natürlich brauchen wir für die maske das teil wir natürlich gerade momentan nur noch sechs stück haben wir haben ein schlüssel ich finde ich ja stoff hier noch irgendwo hier stück nur vier stück hier aber kommt schon sie mein stoff hier ist ja voll das abenteuer hier pflanzen können wir eigentlich reinpacken das wasser behalten wir erst mal die flaschen werden ein hindernis wenn wir nicht irgendwann mal selber flaschen züchten können flaschen machen können ja ja so jetzt kommen wir momentan weiter minimal ein bisschen schlafen ich muss erst mal das feuer an machen das war jetzt sehr viel holz wir haben noch die potato chips gesagt das ist viel zu viel zu schnell was hier potato chips behalten wir mal flaschen nehmen wir mit maske setzen wir uns auf oder lieben aber ich würde sagen ich werde hier ein folgenpäßchen machen ich bin schon wieder leicht k.o. sehe ich gerade und dann gucken wir mal in der nächsten folge dass wir weiter gucken müssen wir ja im gebäude weiter gucken dann bedanke ich mich fürs zusehen und bis zur nächsten folge ciao ciao